Liebe Freunde der Finanzmarktrunde und liebe Freunde von Aiondo, die Bullen sind bloß im DAX und wir haben ein Rekordhoch nach dem anderen. Und in Sachen Bohler und Schwankungsbreite am Markt sind die Marktteilnehmer ungefähr so offensiv und impulsiv unterwegs wie diese vierbeinigen Freunde hier am Strand in Indien. Das wird aber unser Thema sein am heutigen Mittwoch. Indien zum Teil, denn es gibt auch einen offiziellen Grund für meine Reise hierhin. Nicht unbedingt die Mühe in Goa, wobei die natürlich auch thematisch sehr gut zum Bull-Markt passen. Aber das Thema Bitcoin und da war ja was in Indien. Stichwort kein komplettes Bargeldverbot, aber ein Teilverbot für Einheiten und große Akzeptanz für Bitcoin. Und Bitcoin ist hier groß im Kommen und ja, es gilt sich hier ein bisschen umzuhören, finde ich, wenn man Bitcoin verstehen will und wenn man dann noch die Gelegenheit dazu hat, das hat sich angeboten in dieser Novemberwoche, dann wollen wir darüber reden um 18 Uhr in der Finanzmarktrunde. Und so lange gibt es noch ein paar Impressionen hier vom Strand. Also ich habe die Kühe nicht da hintrapiert, sondern die haben sich freiwillig da hingelegt und sind einfach extrem gechillt. Wenn wir Egmund Heid in die Runde bekommen, dann kann er uns vielleicht noch erklären, zu welcher Automarke Machintra gehört. Ich tippe mal vielleicht zu Tata Motors. Ich erinnere mich noch, die Aktie haben wir früher mal sogar so Online-Zeiten besprochen. Auch die Autobauer werden wieder einen Blick wert sein, denn VW läuft und läuft 2017. Wurde schon abgeschrieben, geht aber richtig vorwärts. Beiersdorf, gute Zahlen gemeldet, geht auch nach vorne und natürlich die Lufthansa weigert sich stetig zu fallen. Und ja, meine Einschätzung war ja, dass Apple bei seinen Zahlen überraschen wird. Ich bin mal gespannt. Also dieser Teaser ist aufgenommen Dienstagfrüh. Wir werden dann mal sehen, wie es rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, die Apple ganz stark und ja, möglicherweise dann im Fahrwasser von den schon überragenden Amazon und Alphabet und Netflix war ja auch toll und Microsoft. Also alles, was den Nestle triebt, das läuft auch weiter. In diesem Sinne, 18 Uhr Finanzmarktrunde mit großen Teilen des Teams Feingold Research. Wir werden hoffentlich was Schönes auf die Beine stellen in dieser Feiertagswoche und alle sind eingeladen bei Aiondo. Natürlich auch jene, die am Mittwoch in Bundesländern verweilen, die Feiertag haben, so wie ich mir den heute mal gönne hier. Also einschalten, 18 Uhr bei Aiondo.